Eine neue Ausgabe, es wären Leute. Ich begrüße Thomas Heise und Klaas Mayer-Heuer. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind Fernsehreporter, haben sich seit fast 20 Jahren einem Thema verschrieben, was in der Öffentlichkeit erst durch das Verhältnis des Rappers Bushido zu arabischen kriminalen Clans große Aufmerksamkeit erfuhr. Das erleben wir auch gerade im laufenden Prozess. Am Montag gab es wieder einen Prozesstag in Berlin. Wer noch nie davon gehört hat? Vielleicht können Sie mal kurz erklären anhand dieses Beispiels. Um was geht es da gerade in dem Prozess? Klaas Mayer-Heuer. Also es ist eigentlich ganz einfach. Der Rapper Bushido war vor 20 Jahren junger Rapper, war bei einem Label Agro Berlin. Da wollte er raus und er brauchte Leute, die ihn da ganz schnell rausholen. Am Rechtsstaat vorbei, am Zivilgericht vorbei. Und dann hat er sich wirkliche Gangster gesucht. Das war Arafat Abou-Chaker. Der hat ihn rausgeholt aus dem Vertrag und seitdem war er aber Eigentum der Abou-Chakers. Und dann sagen wir mal 15 Jahre lang war Bushido Eigentum der Abou-Chakers. Und irgendwann wollte er einfach raus. Der war fertig mit der Welt. Der war fertig mit denen. Und dann hat er sozusagen Schutz beim Staat gesucht. Und darum geht es jetzt letztendlich. Und dann mal zu Abou-Chaker. Vielleicht können Sie seine Persönlichkeit und seinen Weg nach Deutschland mal beschreiben. Thomas Heise. Die Abou-Chakers kommen aus Palästina, sind Palästinenser. Die sind irgendwie wahnsinnig gekommen, Klaas. Arafat ist der erste Abou-Chaker, der in Deutschland geboren ist, 1976. Seine Brüder, also er hat zwei ältere Brüder, die sind auch im Libanon geboren. Die sind 1975 nach Deutschland gekommen. Klaas ist bei uns so für Zahlen und für Namen zuständig. Ich habe andere Fähigkeiten. Ich kann manchmal ganz gute Filme machen. Deswegen teilen wir uns da so ein bisschen auf. Ich kenne Arafat noch. Da war er noch gar nicht so eine große Nummer gewesen. Da war er noch in Berlin. Ganz normal unterwegs in der Stadt. War er irgendwie gut vernetzt. Aber ich bin damals schon Mitte der 90er Jahre mit der Berliner Polizei mal so Streife gefahren und so. Und da waren die Abou-Chakers immer irgendwie Thema. Also da gab es so ein Café, wo die sich getroffen haben. Da gab es irgendwie gewalttätige Auseinandersetzungen. Also die waren da schon eine Nummer in der Stadt. Und das ist ja das Interessante, wie diese Clans so groß werden konnten. Sie sagen ja, damals zu der Zeit, da war der noch keine große Nummer. Gab es einen Punkt, wo das irgendwann kippte? Können Sie das festmachen? Ich weiß nicht, ob es kippte, aber sozusagen das Wachsen des Clans und das Wachsen der Großfamilien passierte ja so ein bisschen außerhalb von allen. Also wir bei Spiegel-TV haben da schon immer mal wieder darüber berichtet. Aber viele haben natürlich nicht darüber berichtet. Und in der Politik ist es auch nicht richtig wahrgenommen worden. Und man wollte es vielleicht auch nicht wahrnehmen. Und dann wächst so eine Großfamilie einfach wie sie wächst. Da heiratet der Cousin die Cousine. Und dann wird die Großfamilie immer größer. Wir haben einen Stammbaum, Klaas, der geht von wann los? Also wir haben einen Stammbaum vom Ramo-Clan. Und der beginnt 1873. So das ist ein Ehepaar 1873. Und die haben sich so extrem verästelt, dass wir glauben, heute sind es um die 1000 Nachkommen. Und die leben fast alle in Berlin sozusagen. Also in diesen Familien ist es durchaus üblich, 14, 15, 16 Kinder zu haben, die dann wiederum relativ jung, relativ früh heiraten und auch wieder relativ schnell viele Kinder haben. Also es ist durchaus üblich, dass eine arabische Oma 100 Enkelkinder hat. Wie konnten kriminelle Clans in Deutschland so groß werden? Thomas Heise, wenn wir mal von vorne beginnen. 2003 haben Sie das erste Mal für Spiegel TV im Clan-Milieu recherchiert. Mahmut als sein war die beherrschende Unterweltgröße Berlins. Wie haben Sie da Ihre Recherche begonnen? Ich habe irgendwann mal versucht, mit jemandem aus Mahmuts Umfeld, der hieß Pierre, irgendwie Kontakt zu kriegen. Mit dem habe ich mich dann ein paar Mal getroffen und habe gesagt, dass ich Mahmut gerne mal interviewen würde wollen. Der war ja Legende, hieß irgendwie Elb-Präsidenten. Jeder kannte den, jeder Ermittler kannte den. Und dieser Pierre hat mich dann ins KDW eingeladen. Der kam dann da so mit Jogginghose und mit so einem Schlabbershirt. Und dann sind wir da in die Feinkostabteilung vom KDW. Dann wollte er mit mir Austern essen. Und dann hat er mir versprochen, dass ich Mahmut ins Interview kriege. Und irgendwann tauchte der dann auch auf, so im Anzug. Und dann habe ich den interviewt. Klaas Mayer-Heuer, wenn da zwei Reporter auftauchen oder auch nur einer, warum hätten die ein Interesse überhaupt mit Ihnen zu sprechen? Womit bestechen Sie die? Wir müssen die gar nicht bestechen. Also die Jungs, die wir jetzt gerade für unseren aktuellen Film interviewt haben, denen war es eigentlich auch mal ein Bedürfnis, so ihr Leben zu schildern, beziehungsweise ihre Einstellung. Sie sind einfach auch ein bisschen stolz auf ihr Leben. Sie haben jetzt kein Problem damit, dass sie in einer hermetisch abgeschlossenen Parallelgesellschaft leben. Sie fühlen sich darin tatsächlich auch oft wohl. Also das darf man auch nicht verkennen. Auch den Kindern geht es darin vermeintlich nicht schlecht. Das ist jetzt nicht so, dass die Kinder da unbedingt raus wollen. Das ist Familie. Die halten zusammen. Das ist ein Gemeinschaftsgefühl. Und darüber wollten wir einfach auch mal sprechen. Wie bewerten Sie, Thomas Heise, dann Ihre Rolle? Haben Sie Anteil daran, das zu verherrlichen? Die Gefahr besteht natürlich, ist ja gar keine Frage. Und es gibt von uns aus den Filmen, die wir so seit Jahren machen, gibt es sozusagen das eine oder andere Zitat, was mittlerweile auf den Straßen von Neukölln wie so ein Zitat nachgesprochen wird oder nachgespielt wird von so einer Kinder- und Nachwuchsgeneration. Was ist die Alternative? Nicht darüber zu berichten, das geht ja irgendwie nicht. Also müssen wir natürlich darüber Filme machen. Missbrauch ist immer möglich, klar. Und dann auf die Strukturen auch nochmal aufmerksam zu machen. Klaas Mayheuer, Sie sagten, ja, die fühlen sich auch ganz wohl auch in ihren Familien. Bei Mahmoud Al-Sein zum Beispiel ist es so, dass er 98 aus dem Libanon nach West-Berlin kam. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Die Familie kassierte Sozialhilfe. Er selbst chauffierte im Daimler durch die Straßen. Also Sie sagen, dass viele der kriminellen Clans gleichzeitig Sozialhilfeempfänger sind, trotzdem hohe Einnahmen haben. Wie geht das denn zusammen? Das ist ganz einfach. Also die Einnahmen sind halt meistens illegal. Also die kassieren Hartz IV und machen beispielsweise nebenbei noch Schutzgeld. Oder machen nebenbei noch Drogenhandel. Also um den muss man ja nicht bei der Steuer angeben. Also der ist ja auch nicht sozialversicherungspflichtig, so ein Drogenhandel. Und dementsprechend haben sie sehr hohe Einnahmen, die sie oft in den Libanon transferieren. Von da aus werden sie dann sozusagen zurückgebucht, indem libanesische Strohleute Immobilien kaufen. Und somit wächst die Macht des Clans, weil einfach das Vermögen wächst. Thomas Heise, macht der Staat die Augen zu? Ja, zumindest richtig so Strafverfolgung oder sagen wir mal so, dieses Abgleichen von Datensätzen ist echt kompliziert. Das heißt, wenn das Clan-Mitglied mit dem Porsche durch die Stadt fährt, geblitzt wird und gleichzeitig Hartz IV kassiert, trägt es weder die Sozialbehörde mit noch irgendjemand anders. Weil da eben der Datenschutz davor ist. Wir haben mal mit einem Sozialstaatrat gesprochen in Neukölln. Der hat zu uns gesagt, ich sitze am Tisch, habe fünf Leute da, alle von verschiedenen Behörden und wir dürfen keine Namen nennen an dem Tisch, aus Datenschutzgründen. Ich meine, das geht natürlich nicht. Wären Behörden besser vernetzt, wäre das eine Möglichkeit? Ja, na klar wäre das eine Möglichkeit. Wir fragen uns ja auch, wie kann denn das sein, dass so jemand wie Nasser Abou-Chaker, der eben da mit Bushido und Arafat, da so ein Bruder ist, der kriegt eben, wird vom Jobcenter bezahlt. Wieso kümmert sich keiner um den, dass der mal irgendwie in ein arbeitspflichtiges, sozialpflichtiges Einkommen irgendwie beiträgt? Sie haben sich ja auch mit Lösungen beschäftigt. Was wären denn simple Lösungen? Also ist es, glaube ich, bei diesem Problem vermessen zu sagen, es gibt simple Lösungen. Das Problem ist ein Langzeitproblem. Das wird 10, 20 Jahre dauern, glaube ich, wenn man es wirklich anpackt, dass man auch wirklich dann Veränderungen herbeizwingt. Eine schöne, einfache Sache wäre mal einfach, die Staatsanwaltschaften, die Polizei so auszurüsten, dass sie vernünftig arbeiten können, dass die Personaldecke nicht immer zu kurz ist. Und der Staat muss es vor allen Dingen schaffen, die Leute zu schützen, die gegen den Clan anstehen. Also es kann nicht sein, dass Leute Angst haben müssen, wenn sie beispielsweise nur eine Baugenehmigung von einem Clan ablehnen. Thomas Heise und Klaas Mayer Heuer, Sie recherchieren seit 20 Jahren im kriminellen Clan-Milieu. Wann haben Sie denn zuletzt ein Clan-Mitglied getroffen? Wir haben gestern eins getroffen. Wir waren gestern bei einem Prozess gewesen, der nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Das ist ein Zivilprozess zwischen Bushido und Arafat Abou-Chaker, also von so einem Clan-Mitglied. Da geht es so um Auseinander-Dividieren von Vermögensverhältnissen. Und da haben wir Arafat getroffen. Und das war wie immer bizarr. Wie läuft denn so ein Treffen ab? Wie können wir uns das vorstellen? Der kennt uns natürlich vom Sehen. Also der weiß, wer wir sind irgendwie. Der fängt dann auch schon an, uns zu beschimpfen. Der hat mittlerweile auch ein eigenes Kamerateam dabei, wo wir nicht genau wissen, für wen die drehen. Möglicherweise für ProSieben, für Joint. Wir wissen es nicht. Und dann hält er dann ein Kamerateam an und sagt dann irgendwie, da hier, das sind die Hunde von Spiegel TV. Mit welcher Einstellung, mit welcher Haltung gehen Sie persönlich da rein? Mit der Einstellung, das zu berichten, was da passiert. Und natürlich ihm auch Fragen zu stellen, die uns interessieren. Also uns interessiert beispielsweise, wo das Geld geblieben ist aus seinen Immobilien. Weil da ist höchstwahrscheinlich sehr viel Geld beiseite geschafft worden. Und mit solchen Fragen konfrontieren wir ihn dann. Thomas hat gestern noch die schöne Frage gestellt, was haben Sie eigentlich gegen Juden? Also weil Arafat mal in so einem aufgezeichneten Gespräch einfach gesagt hat, die Juden regieren das Land. Also tief antisemitische Behauptungen sozusagen von sich gegeben. Und solche Fragen stellen wir ihm dann natürlich. Das ist natürlich unsere Aufgabe als Journalisten, ihn mit solchen Sachen zu konfrontieren. Ja und Sie reden dann meist von männlichen Clan-Mitgliedern. Wie steht es denn um die Frauen dort? Die Frauen sind ein echt schwieriges Kapitel. Weil die Frauen sind auch sozusagen wenig erforscht. Also auch journalistisch wenig erforscht. Wir haben jetzt ein paar Berichte bekommen in letzter Zeit über Frauen in den Clans. Haben Sie mit denen gesprochen? Nein. Ne, wir haben nicht mit denen gesprochen. Also mit Frauen zu sprechen in den Clans ist so kompliziert. Also am besten ist es, man bekommt Berichte, die sie selbst, also mit Aussagen bei der Polizei. Oder dritte Berichten darüber. Weil Frauen und Frauen können natürlich miteinander reden. Aber wir können nicht einfach zu Clanfrauen hingehen und mit denen reden. Das funktioniert nicht. Aber wir haben einen Bericht, Klaas hat den auch gelesen. Ja, also wir haben einen Bericht von einer Clanfrau bekommen. Da schildert sie sozusagen ihr Leid ihrer Anwältin, die wiederum dann um ihre Kinder kämpft. Sozusagen, weil sie abgehauen ist, weil sie von ihrem Mann geschlagen wurde. Der Mann war kokainsüchtig und so. Und sie beschreibt es wirklich sehr eindrücklich, wie ihr Mann sie mit Apfelsinen beschmeißt. Und sie behandelt, wie wirklich ein Hund sie schlägt und so. Und das ist wirklich, und das Schlimme ist, ich meine, das passiert ja leider, leider nicht nur in diesen Familien. Das passiert ja auch in der deutschen Bevölkerung oder in der anderen Bevölkerung. Also das Schlimme ist, dass sie zu ihrer Schwiegermutter geht und sagt, hier, das und das passiert in unserer Ehe. Und die Schwiegermutter sagt, das ist so bei uns. Das ist das Leid von Frauen bei uns. Wir müssen sowas ertragen. Wie schwierig ist es denn für Männer und Frauen, aus diesen Strukturen auszubrechen? Ist das überhaupt möglich? Wahnsinnig schwer. Es ist wahnsinnig schwer, weil die natürlich schon da reingeboren werden, diese Strukturen. Das ist einfach ihr Leben. Es sind ihre Regeln. Es ist ihre Kultur. Und wir haben vor drei Wochen mit zwei Clanmitgliedern gesprochen, die sagen, hey, wir können auch nichts ändern. Wir wurden verheiratet. Unsere Eltern haben für uns unsere Ehepartner ausgesucht. Wir werden für unsere Kinder unsere Ehepartner aussuchen. Und da haben wir noch gedacht, das glauben wir jetzt nicht. Und haben die Kamera ausgemacht und gesagt, Ali, du musst nicht wegen der Kamera und so. Und dann hat er gesagt, nein, das sind meine Ansichten. Was glaubt ihr, warum ich hier bin und so. Sie recherchieren im Clan-Milieu. Sie hatten gerade eben auch nochmal den Prozess um Bushido angesprochen. Am Montag war Verhandlungstag. Wenn man darauf mal schaut, was da in den Medien zu hören war über Arafat Abou-Chaker. Der kam wohl am Montagvormittag ins Gericht, trug keine Maske. Herrscht aber Maskenpflicht. Wird bei ihm das Thema geahndet? In dem Fall wurde es nicht geahndet. Also er durfte ohne Maske reingehen. Warum, das wissen wir jetzt nicht so genau. Das Problem ist, wenn man sozusagen über so ganz niederschwellig schon immer anfängt, bei denen einzuschreiten. Also bei so einer Sache wie jetzt der Maske und diesem Gericht. Da haben sozusagen auch die Justizwachtmeister am Gericht, haben dann auch nicht mehr die Nerven. Weil da sind natürlich viele Clan-Mitglieder. Und wenn man wegen, ich sag's mal so deutlich, wenn man wegen jedem Scheiß, ich weiß, die Maske ist kein Scheiß. Ja, aber wenn man so mal so niederstellig einsteigt, wird's echt kompliziert. Auch am Gericht. Aber nicht jeder Leser oder Hörer versetzt sich in einen Justizbeamten. Also insofern diese herrschende Ungerechtigkeit ist daran schon zu sehen, der Staat hat komplett versagt. Klar, für die gilt natürlich das gleiche Recht wie für alle. Ja, gar keine Frage. Aber wahrscheinlich ist auch bei einem Deutschen, der ohne Maske geht. Also ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen. Da gibt's andere Sachen, die wichtiger sind in dem Zusammenhang. Beispielsweise, dass Abou-Chaker 9 Millionen Euro an Bushido verdient haben sollen, das meist an der Steuer vorbei. Haben Sie Einblick, womit das Geld gemacht wurde? Ja, Bushido ist ein Künstler, einer der erfolgreichsten Künstler in Deutschland. Und Arafat hat laut Manager-Vertrag 30 Prozent abgeben müssen. Wahrscheinlich waren es sogar mehr. Es gibt da zwei Management-Verträge, da weiß man noch nicht genau, welcher denn jetzt richtig stimmt. Das ist noch nicht festgestellt worden. Also der hat richtig legal an Arafat verdient, an Bushido verdient natürlich. Der hatte einen Management-Vertrag. Und dann soll er aber noch nebenbei in die Kasse gegriffen haben. Laut Bushido, also bei Konzerten, soll er ihn richtig abgerechnet haben und so. Dadurch ist er sehr reich geworden. Also man sagt auch, das hört sich ein bisschen blöd an, aber Bushido war die beste Hure in Berlin sozusagen. Ja, es soll zum Beispiel eine Generalvollmacht gegeben haben, die Bushido Arafat erteilt hat, auf seine Konten zugreifen zu können. Da würde man normalerweise Dummheit unterstellen. Die soll es nicht gegeben haben, die hat es gegeben. Also definitiv, die haben wir auch in Akten gefunden. Das ist schon ziemlich blöd, ja. Aber der Druck, also wenn man diesen Arafat mal erlebt hat, irgendwie der kann schon ziemlich einen psychischen Druck ausüben. Und so, wir haben ja auch mit Bushido geredet, mehrmals schon geredet, jetzt nicht vor der Kamera, aber informell mal geredet. Und wenn Bushido das beschreibt, wie groß der Druck ist, auf ihn gewesen ist und auf die Familie gewesen ist, dann kann man schon verstehen, dass man dann vielleicht auch mal eine Generalvollmacht unterschreibt. Wie lebt Bushido heute? Mit sehr viel Polizei. Also Bushido kann sich nur mit bewaffneten Männern durch die Stadt bewegen, weil der Staat Angst davor hat, dass Bushido sozusagen getötet werden könnte. Bushido ist der wichtigste Zeuge für die Prozesse gerade. Alles hängt an seiner Glaubwürdigkeit. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass er gefährdet ist. Und wenn Bushido kommt, fährt ein gepanzerter BMW vorweg und ein zweiter Volk ihm. Das ist schon eine absurde Situation. Wir haben auch den Innensenator von Berlin gefragt, ob das nicht für ihn auch bescheuert ist, irgendwie einen Millionär zu schützen. Der könnte sich ja auch ein privates Sicherheitsunternehmen machen. Aber der Innensenator hat gesagt, nee, nee, das Gesetz gilt für alle und der ist gefährdet. Stimmt es, dass sich Bushido auch noch Unterstützung aus einem anderen Clan als Schutz geholt hat? Kurzfristig. Kurz so, ja. Ja, also es gibt noch einen zweiten Clan. Da gibt es auch so einen Musikmanager, der auch massiv irgendwie wahrscheinlich ein bisschen promotet. Aschraf, das sind die Rammus, ein großer Clan. Aber von denen soll er sich wieder gelöst haben. Also da reinzugucken ist jetzt auch immer nicht so einfach. Weil es ist nicht so, dass jeder ständig mit einem darüber redet, wer mit wem wieder. Die Szene ist so dynamisch wie das ganze Leben. Wenn es Razzien in Shisha-Bars gibt, dann lachen sich die Clan-Mitglieder doch wahrscheinlich kaputt, weil ihnen das die Geschäftsgrundlage nicht nimmt, oder? Ist das erfolgreich? Auch mit Tabak kann man auch echt gut Kohle verdienen. Also der ist dann unversteuert und wird dann sozusagen neben der Mehrwertsteuer irgendwie vertickt in den Shisha-Bars. Das ist schon nicht so schlecht. Ein Berliner Clan beispielsweise, die haben so viel illegalen Shisha-Tabak verkauft, dass sie irgendwann 600.000 Euro Steuerschulden hatten. Also 600.000 Euro ist auch schon viel Geld. Die mussten dann ein Haus sozusagen verkaufen, damit sie dann diese Steuerschulden begleichen konnten. Das Haus wurde dann zwangsversteigert. Und bei der Zwangsversteigung saßen dann wieder alle da und haben sozusagen später den eigentlichen Käufer nochmal richtig massiv bedroht und haben nochmal einen extra Bonus bekommen. Was müsste der Staat denn tun, um die Kontrolle wirklich zurückbekommen? Weil diese kleinen Dinge, die piesacken ja nur. Ja, aber der Staat, was der Staat natürlich macht, er macht schon auch Strukturermittlungen. Also er guckt schon irgendwie sozusagen auch OK-Strukturen an, Familienstrukturen an und investiert da irgendwie Geld. Also aus NRW wissen wir das zum Beispiel auch, unter Reuel, unter dem jetzigen Innenminister, dass die da richtig Druck machen. Also man braucht einfach Personal. Man muss Staatsanwälte haben und man muss Leute haben, Ermittler haben, die motiviert sind, Finanzermittler. Und das Ganze muss auch international gelöst werden. Also das Thema ist mittlerweile auch beim BKA angekommen. So das BKA hat gute Kontakte ins Ausland und so, weil die natürlich so verstreut sind. Es gibt sehr viele Clans, auch in Schweden. Es gibt natürlich im Libanon und in Südamerika. Es gibt sozusagen ein globales Netz, auf die die natürlich gerade bei Kriminellen, bei Drogengeschäften zurückgreifen. Und das muss dann auch wirklich international gelöst werden. Eine Landespolizei Berlin ist da aufgeschmissen. Alleine. Wir haben gefragt, welche Strukturen hat der Staat womöglich geschaffen, die es den Clans leichter machen. Der Staat hat sie vor allem groß werden lassen. Aber ich weiß auch nicht, wie man das hätte verhindern können. Diese Familien kennzeichnen sich dadurch, dass sie wahnsinnig viele Kinder haben. Wie ich schon vorhin gesagt habe, 10, 12, 14, 16 Kinder sind in diesen Familien nichts Besonderes. Das ist oft Normalität. Aber das heißt ja nicht automatisch, eine kinderreiche Familie muss kriminell werden. Ja, wir haben jetzt gerade für unsere aktuelle Doku, die auch gerade bei YouTube irgendwie gut läuft, haben wir zwei Clan-Mitglieder interviewt und haben die einfach mal so gefragt, wie viel sind denn bei euch in der Familie kriminell? Und dann sagt der Erste, ja, vielleicht so 70, 80 Prozent. Sagt der Zweite, nee, nee, bei mir sind es weniger. Vielleicht 60 bis 70 Prozent. Also natürlich wollen wir nochmal klarstellen, nicht alle sind kriminell. Aber natürlich begünstigt eine große Familie kriminelle Geschäfte. Weil man natürlich mit vielen Brüdern, mit vielen Cousins Leute einschüchtern kann. Man ist eine Macht einfach auf der Straße. Und diese Macht kann man sich bezahlen lassen. Wie sieht es mit der Gesetzeslage aus? Anfang der 90er, ja beschreiben Sie, war es so, dass neu eintreffende Flüchtlinge aus dem Libanon erstmal eine Duldung beantragen konnten. Und die konnten sogleich dann auch in Berlin bleiben, wurden nicht aufgeteilt und hatten aber kein Anrecht auf eine Arbeitsgenehmigung. Sozialhilfe gab es in großen Teilen als Sachbezug. Wenn Sie sich jetzt selbst mal in so eine Situation versetzen, bestünde da die Gefahr, dass Sie kriminell werden? Da sind auf jeden Fall Fehler gemacht worden. Ist doch gar keine Frage. Wenn du die Leute hierher holst und die sind dann da, was machen die den ganzen Tag? Irgendwann kommen die auf dumme Gedanken. Und die sind ja auch aus ihrem Leben in Beirut, sind sie auch schon, sozusagen, sie waren auch da ja schon Großfamilie. Manche waren auch da schon kriminell, muss man einfach so deutlich sagen. Und dann kommen sie hier nach Deutschland, nach Berlin und haben keine Arbeitserlaubnis. Dann gleiten die eben auch schnell in so ein Milieu ab. Was hätte da passieren müssen, damals, als viele gekommen sind? Man hätte ihnen eine Arbeitsgenehmigung erteilen dürfen. Also ich weiß gar nicht, was da für Gesetze dann dagegen gesprochen haben. Aber man dachte natürlich auch, die bleiben nicht hier. Und man wollte es denen auch ein bisschen schwer machen, dass sie hier bleiben. Gleichzeitig waren natürlich die rechtlichen Grundlagen gegeben, dass man auch dagegen klaren konnte, wenn man abgeschoben wird. Schwierig. Aber interessant ist der Blick nach Schweden. Schweden wird immer so als Paradebeispiel genommen, wie Integration gelingen kann und da sei. Hätte man den Leuten viel bessere Chancen gegeben, Schweden hat die gleichen Probleme. Auch da gibt es Clankriminalität und auch da gibt es Parallelgesellschaften. Also dieses Problem besteht von beiden Seiten. Die einen wollen sie nicht integrieren und der Staat hat vielleicht am Anfang zu wenig Angebote gemacht. Das war einfach eine ganz blöde Situation. Wie häufig wurden Sie in Ihren Recherchen zur Clankriminalität bedroht? Bei den Recherchen, ja, man wird immer mal wieder bedroht. Also was irgendwie sozusagen bei den Clans immanent ist, ist, dass sie versuchen, den öffentlichen Raum zu dominieren. Das heißt, die wollen auch bestimmen, wo man zum Beispiel am Gericht filmt oder nicht filmt, wem man fragt, wem man nicht fragt. Also die kommen auch aggressiv auf einen zu, versuchen einem die Kamera wegzuhauen, erleben wir alles täglich. Sie haben zum Beispiel mal über eine Kugel berichtet, die Ihnen im Samt-Etui geschickt wurde. Die ging ursprünglich an einen jungen Libanesen. Wie hatte der Ihre Arbeit unterstützt? Ja, der war vor allen Dingen, der war Fahrer vor allen Dingen. Also der hat uns durch Beirut gefahren und mehr hat er eigentlich gar nicht gemacht. Aber wir wissen bis heute nicht, wie es der Clan geschafft hat, herauszufinden, dass der Mann uns gefahren hat. Wir vermuten, dass möglicherweise die Überwachungsbilder ausgewertet haben und dann über das Kennzeichen auf ihn gekommen sind. Ja, so ist es gewesen. Das ist eine unschöne Geschichte, weil natürlich dadurch jemand gefährdet wurde. Ja, mittlerweile ist er aber in Sicherheit. Der ist nicht mehr im Libanon. Wir haben uns auch darum gekümmert, dass er dann in Deutschland bleiben kann, sozusagen. Ja, es war wohl so, dass nach der Ausstrahlung Ihres Beitrags dieser junge Libanese Morddrohung bekommen hat. Und er war eben genau lokalisiert. Sie sagen, Sie haben ihn unterstützt. Wie sah Ihre Unterstützung aus? Also wir sind, der ist nach Deutschland gekommen. Und ich habe ganz konkret, bin ich mit ihm zur Asylbehörde gefahren, habe mit ihm geholfen, Asylantrag zu stellen. Und wir haben Schriftstücke aufgesetzt, beispielsweise, dass wir seinen Asylantrag unterstützen. Es gab dann auch Bitten um finanzielle Unterstützung von Anwaltskosten. Hätten Sie die übernehmen können? Wenn das konkreter geworden wäre, wahrscheinlich ja. Also wir sind da auch gerade nochmal in Gesprächen irgendwie mit ihm, also über Dritte. Das ist alles so eine nebulöse Sache. Da gibt es sozusagen so Punkte, über die wir nicht so richtig reden wollen, weil es auch für ihn schwierig ist. Deswegen sind wir da ein bisschen zurückhaltend. Wir können doch mal an dieser Stelle eins klarstellen. Der Mann hat sich nie bei uns gemeldet. Das gab da immer einen Mittler zwischen, angeblich zwischen, also an uns hat der Stringer nie Forderungen gestellt. Der hat nie gesagt, zahlt meine Anwaltskosten. Hat der persönlich uns nie vorgetragen. Wir wissen das gar nicht genau. Das kam über einen anderen Menschen. Und diesem anderen Menschen vertrauen wir kein Stück mehr. Wir wissen nicht, ob das Geld wirklich bei ihm gelandet wäre. Und der Mann, der möglicherweise durch unsere Arbeit ein Problem bekommen hat, hat sich an uns nie gewandt. Wie ist es, wenn Sie sagen gerade, der war Stringer, also das ist ein Unterstützer bei Ihrer Arbeit, bei den Recherchen. Machen Sie da im Vorfeld aufmerksam, dass diese Arbeit auch gefährlich ist? Na klar, na klar. Natürlich reden wir mit den Leuten darüber. Das müssen die ja wissen und die müssen sich ja dann auch entscheiden können, ob sie das für uns machen wollen oder nicht machen wollen. Ähm, es ist so, ähm, wir sagen denen, worum es geht. Wir sagen denen, was das Thema ist und was das Risiko ist. Und dann können sie sich überlegen, ob sie mitmachen oder nicht mitmachen. Dieser junge Libanese sagt, er sei sehr enttäuscht, dass es wenig Wertschätzung gegeben hätte. Und er sagt, die Zusammenarbeit, die bereut er sehr. Also im Nachhinein würde er das niemals noch mal machen. Das hat er uns gegenüber nie gesagt. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, ob das wirklich stimmt. Also ich will das nicht anzweifeln, aber mir gegenüber hat er das nie gesagt. Er hat sich nie bei mir gemeldet und gesagt, ich bin enttäuscht von dir, Klaas. Ich habe mit ihm vor allen Dingen zusammengearbeitet. Er hat sich bei mir nie persönlich gemeldet, um das an dieser Stelle mal zu sagen. Um das auch mal zu sagen, aber wir haben uns natürlich auch darum gekümmert, dass er mit Sicherheitsleuten, mit Sicherheitsbehörden, wir wollen das nicht konkretisieren jetzt, redet, so dass er da sozusagen auch safe ist. Tut Ihnen das im Nachhinein leid, dass Sie jemanden in so eine schwierige Situation gebracht haben, dass dessen Leben dadurch im Grunde eine schlechte Wendung genommen hat? Ja, ob es wirklich eine schlechte Wendung genommen hat, wissen wir nicht so genau. Er wollte sowieso irgendwie raus aus dem Libanon. Der ist ja dann auch rausgekommen. Nach unseren Kenntnissen. Nach unseren Kenntnissen. Wir wissen das immer nur sozusagen aus zweiter Hand, weil wir das von Ihnen nie gehört haben. Die Geschichte ist nicht unkompliziert, weil wir natürlich, ich spreche kein Arabisch. Er schlecht spricht, hat damals schlechtes Deutsch gesprochen, eigentlich gar kein Deutsch und auch sehr schlechtes Englisch. Das heißt, wir hatten damals immer noch so einen Mitarbeiter dabei, einen Spiegel-TV-Mitarbeiter, der letztendlich mit ihm kommuniziert hat. Was sozusagen der Libanese wirklich gedacht, gefühlt und gemacht hat, das müssen Sie sozusagen den fragen, um den es vor allen Dingen geht. Derjenige, der uns jetzt vorwirft, wir hätten ihn im Stich gelassen. Aber natürlich sind solche Geschichten immer unschön. Das ist doch gar keine Frage. Wir wollen überhaupt niemanden gefährden. Das liegt uns total fern. Berlin und das Ruhrgebiet, das sind Ihre Schwerpunkte, wenn Sie im Clan-Milieu recherchieren. Haben Sie Informationen darüber, wie das überhaupt in Baden-Württemberg aussieht? Da sind wir ganz ehrlich. Wir haben keine Informationen über Baden-Württemberg. Man muss bestimmte Sachen, da muss man einfach physisch vor Ort sein. Das heißt, wir müssen öfter mal in Stuttgart sein, um das zu recherchieren. Oder in der baden-württembergischen Provinz. Dazu fehlt uns im Augenblick die Zeit. Natürlich werden einzelne Familien natürlich auch vertreten sein. Aber diese klassischen Clan-Strukturen, dass die Familien groß sind, dass die ganze Straßenzüge dominieren, dass die ganze Viertel sozusagen dominieren und dort auch Geschäfte machen, gibt es nach unserer Kenntnis in Baden-Württemberg nicht. Wenn Sie durch Essen gehen, durch Dortmund gehen, durch Berlin gehen, können Sie das an Straßenstrukturen schon erkennen, wo Clans herrschen? Was meinen Sie mit Straßenstrukturen? Naja, dass Sie sagen, ach, hier bei dem Kiez, ich erkenne das aufgrund irgendwelcher Dinge. Hier muss ein Clan herrschen. Ist das äußerlich sichtbar? Ja, wenn man durch Neukölln geht und wenn man durch Straßen von Neukölln geht, dann fällt einem schon auf, dass da natürlich so eine gewisse Ghettoisierung stattfindet. Das heißt, die Läden sind alle mit arabischen Schriftzeichen gekänzt. Die Gemüseläden sitzen, es gibt ganz viele Shisha-Bars. Es sitzen überall junge Männer und rauchen. Man denkt immer irgendwie, okay, haben die gerade Schichtwechsel? Oder warum sind die hier? Also das ist sozusagen das, was auffällt. Und man muss auch aufpassen, wie man sich da so bewegt. Also wenn wir zum Beispiel mit der Kamera kommen, müssen wir irgendwie schon ein bisschen hingucken, was wir da machen. Aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die Clans jetzt irgendwie sich mal alle zusammengesetzt haben, eine große Berlin-Karte an die Wand geworfen haben und gesagt haben, das ist unser Gebiet, das ist euer Gebiet und so. Ist ja auch noch nichts Kriminelles, in der Shisha-Bar zu sitzen und zu rauchen. Also das muss man natürlich auch festhalten. Hat denn das Thema Clan-Kriminalität Ihrer Meinung nach, Sie beobachten das seit fast 20 Jahren, hat dieses Thema die Aufmerksamkeit, die es braucht? Mittlerweile ja. Ja, also das ging ja dann vor, irgendwie so 2018 ging es los, dass es irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Da war dann auch in der Politik es so gewesen, dass da irgendwie sich Politiker für interessiert haben. Klar, da gab es dann spektakuläre Überfälle, irgendwie zum Beispiel aufs KDW oder die Goldmünze, die geraubt wurde. In Berlin wurde mal für 10 Millionen eine Sparkasse leer gemacht. Der Täter hat übrigens nur vier Jahre gesessen. Das ist ein großes Thema, dass sich Verbrechen natürlich auch für die lohnt. Wenn du für 10 Millionen... Das Beispiel zählen Sie gerne auf, ja. Wenn du für 10 Millionen irgendwie eine Sparkasse leer machst, dann hast du quasi für zweieinhalb Millionen im Jahr im Knast gesessen. Das lohnt sich doch. Warum lohnt es sich? Weil das Rechtssystem dann die falschen Maßnahmen ergreift? Ja, der wird dann freigelassen, irgendwie kriegt Bewährung. Man weiß überhaupt gar nicht, warum. Die Staatsanwälte, die da involviert sind, die den verknackt haben, die wissen gar nicht, dass der freikommt. In Berlin ist es beispielsweise so, wenn ein Verurteilter sagt, ich bin drogensüchtig, sozusagen. Dann kann man relativ davon ausgehen, dass der dann in eine Therapie kommt. Wenn er seine Therapie in der Haft überstanden hat, dann ist er auch relativ schnell draußen. Das verkürzt sozusagen, also sagen wir mal, eine Drogensucht verkürzt sozusagen eine Haftstrafe. In Bayern beispielsweise werden dann Haarproben genommen geguckt, ist der jetzt wirklich drogensüchtig? Das passiert in Berlin nicht, weil Berlin die Ressourcen nicht hat. Wo könnte man sich noch was abgucken? Sie erwähnen Bayern. Wo gibt es gute Beispiele? Italien. Tatsächlich ist in Italien so, dass die Bekämpfung gerade der finanziell organisierten Kriminalität wesentlich besser funktioniert. In Italien ist es so, wenn ein Mafiosi, ein Krimineller über Vermögen verfügt, dann kann der Staat ihn wegnehmen. Das muss ihm gar nicht auf dem Papier gehören. Das Haus gehört ihm nicht auf dem Papier, aber weil er drin wohnt, nimmt der Staat es nicht weg. Der Mafiosi fährt mit dem Ferrari, der Ferrari ist weg. Das ist in Deutschland nicht möglich. Und da könnte sich tatsächlich Deutschland von Italien was abgucken. Das glauben wir immer nicht, dass man von Italien lernen kann, aber in dem Fall sollte man von Italien lernen. Wir haben jetzt gerade mal so im Scherz gesagt, ja wie wäre es denn, jemanden anzurufen aus einem Clan? Sie haben Ihr Handy gerade hervorgeholt. Also wie sind Sie mit den Clan-Mitgliedern verbunden? Sprechen Sie da regelmäßig, um einfach mal so in den Wald zu hören? Wie ist das? Tatsächlich ist es so, ich habe relativ viel Kontakt zu Clan-Mitgliedern. Tatsächlich rufen die einfach nachts mal an, um mich zu beleidigen oder so. Manchmal ist es dann so, dass die irgendwann mal ins Gespräch kommen, dann sind die irgendwann ganz nett. Also das ist dann so, dass sie auch Bock darauf haben, mit mir zu sprechen. Dann denken die so, hey, du bist ja ganz nett und so. Das hat neulich Arafat Abu-Taka auch zu mir gesagt. Hey, du bist ja eigentlich ganz nett, weil ich ihn tatsächlich zufällig beim Bäcker getroffen habe. Und dann sind wir einfach so ins Gespräch gekommen. Die Kamera war nicht da. Er hat gemerkt, das ist eine relativ entspannte Situation. Dadurch sind wir ganz nett ins Gespräch gekommen. Ja, dadurch hat man dann Kontakte. Welche Aussagen gibt es denn in so einem Gespräch? Gibt es da irgendetwas, was Sie beispielsweise auch vor Gericht verwenden könnten? Hä? Das habe ich nicht verstanden. Was wir vor Gericht verwenden könnten? Gibt es da irgendwelche Drohungen oder so etwas? Mag ja sein. Ja, so was kommt. Wenn es Drohungen gibt, wir zeigen es ja nicht an. So was machen wir nicht. Also weil natürlich, das sind verbale Drohungen. Da würden wir ja gar nicht mehr fertig werden, irgendwie mit irgendwelchen Anzeigen erstellen. Ne, das machen wir einfach aus Prinzip nicht. Was gibt es da für Aussagen, die Sie persönlich vielleicht auch erschüttern? Gibt es das? Wir schlagen dir alle Zähne aus der Fresse. Kann man schon mal hören. Wir werden dich kriegen. Wir wissen, wo du wohnst. Oder sag uns mal, wo du wohnst. Hast du eigentlich Kinder? Wie alt sind deine Kinder? Wo gehst du abends weg? Wo sind deine Clubs, wo du so hingehst? Wo sind deine Restaurants, wo du isst? Und was sagen Sie dann? Wir lassen uns auf so eine Diskussion natürlich nicht ein. Nein, wir stellen dann weiter unsere Fragen und sagen, ey, wir reden jetzt nicht über mich. Es geht doch gar nicht um mich. Es geht doch um dich. Es geht um Sie. Wir müssen natürlich Sie, Sie müssen Respekt wahren. Und das prallt an Ihnen ab, diese Drohungen, die da kommen. Wie gehen Sie damit um? Nö, das ist schon unangenehm. Also, und wir reden da natürlich auch drüber. Und wir überlegen natürlich auch, wie wir uns in der Öffentlichkeit verhalten. Also, wir posten jetzt zum Beispiel nicht ständig, wo wir sind. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel gepostet haben, dass wir heute hier sind. Das können Sie ja hören. Ja, ja, klar. Ja, aber okay, bis Stuttgart ist natürlich ein Stück Strecke, wo Sie herkommen müssen. Aber wenn wir in Berlin sind oder so und wenn wir da irgendwie im Radio sind oder beim Fernsehen sind, das posten wir nicht. Um das, also bei Twitter oder Instagram zu sagen, wo wir sind, das machen wir einfach aus Prinzip nicht. Die sehen uns dann schon, wenn wir da sind. Ich habe natürlich beispielsweise einen Facebook-Account, aber ich habe aber keine Freunde bei Facebook. Ich will nicht, dass jemand weiß, mit wem ich befreundet bin. Ja, um andere eben auch zu schützen. Jetzt wollten wir eigentlich über Ihre Lebenswege noch sprechen. Das machen wir ganz kurz. Sie haben so interessante Jobs nämlich auch im Vorfeld schon gemacht. Wer von Ihnen war Karussellbremser und wer Telegram-Boote? Ich war Karussellbremser. Ich habe an einem Freizeitpark gearbeitet. Nicht nur als Karussellbremser, sondern auch als Parkmaskottchen. Ich musste mal so als Hase durch diesen Park höppeln. Ich war in der DDR-Telegram-Boote, ein Bombenjob. Ich habe ein Schweinegeld verdient. Ich war in der DDR-Telegram-Boote.